Dan Crothers, der CTO von Vivi, war in einem AMA und wir schauen uns dort die wichtigsten Punkte an, die dort besprochen wurden. Unter anderem schauen wir uns an, was mit Omi los ist und wir schauen uns nochmal ganz genau die nächsten beiden Comic Drops an, das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen on board, ich bin Stan Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und ja, wie ihr merkt, auch wieder mit dem alten Mikrofon, damit wird es jetzt auch bleiben. Danke an euer Feedback auf jeden Fall und ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt rein ins Video zum Samstag. Ich würde sagen, starten wir an dieser Stelle mit einem kurzen App-Update, das es gab in der Vivi-App, das auf jeden Fall downloaden, dann seid ihr auf jeden Fall, was die App angeht, immer up-to-date. Und ich würde sagen, das nächste Thema, was wir jetzt haben, ist ein Interview und zwar nämlich mit Dan Crothers, dem CTO, der für die technische Seite von Vivi verantwortlich ist. Und dort gab es einige sehr interessante Punkte. Erster Punkt hier ist das UMI-Utility-Programm und hier sind sie auf jeden Fall weiterhin am Bauen, aber es braucht halt auch einfach seine Zeit. Also zu diesem Thema auf jeden Fall nicht wirklich konkrete neue Sachen. Zum Thema Transfers gibt es aber tatsächlich eine sehr spannende Info, und zwar Transfers werden zurückkommen. Und das tatsächlich aber in einer anderen Form als davor, denn es wird hier vom Rang des Users abhängig gemacht, das heißt vom MCP-Rang. Und was hier jetzt ein spannender Part ist, umso höher der Rang ist, umso mehr Transfers kann man tatsächlich dann auch machen. Finde ich persönlich einen sehr coolen Weg und geht für mich an dieser Stelle hier wirklich in eine sehr gute Richtung, was das Thema Transfers angeht. Ansonsten zum Thema 1 zu 1 Offers, das heißt Angebote machen untereinander, das wird auch ein Part von dem Tray-System sein, also beziehungsweise wahrscheinlich Transfersystem. Ihr könnt dann hier im Prinzip nach einem bestimmten Mint suchen und nach einem bestimmten Collectible und dann sozusagen dem gegenüber ein Angebot machen, wenn das Collectible nicht im Markt auch gelistet ist. Und dementsprechend meiner Meinung nach auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Zum Thema Crypto Pay-In gibt es erstmal noch keine weiteren Informationen. Da sind sie wie gesagt erstmal auf jeden Fall noch dran, aber ich denke, dass dort einfach viele regulatorische Dinge einfach nicht so ganz gut in die Karten spielen und sie deswegen erstmal momentan abwarten. Zum Thema Cashout Thresholds wird es auf jeden Fall auch etwas geben. Und zwar werden nämlich die Fees auch ab nächstem Jahr sehr wahrscheinlich dann, was man sozusagen zahlen muss, wenn man aus der App auskaschen möchte, runtergesetzt werden von 10%. Ich gehe da mal von aus vielleicht auf 5% oder sowas. Das wäre auf jeden Fall schon ein sehr großer Fortschritt. Wie viel das aber dann sein wird, werden wir dann im Endeffekt sehen. Darüber werde ich dich natürlich aber hier auf dem Laufenden halten. Ansonsten noch ein ganz kurzes Update zum Thema Vivi-Plattform 2024. Vivi will sozusagen, ja, wie so eine Art E-Commerce-Plattform werden, wo sich das Ganze auch Leute anschauen können, ohne sich sozusagen einzuloggen. Natürlich können die dann nicht auf dem Markt kaufen oder etwas verkaufen, das ist natürlich ganz klar. Aber es geht hier auf jeden Fall in eine sehr interessante und spannende Richtung. In eine Richtung tatsächlich eher wie so ein bisschen Ebay, wo im Prinzip auch jeder draufgehen kann, ohne Account sich Sachen anschauen kann. Wenn man dann natürlich aber etwas kaufen möchte oder verkaufen möchte, man dann wiederum einen Account braucht. Finde ich auf jeden Fall einen sehr spannenden Ansatz. Ansonsten kommen wir nochmal zum Vivi-Verse-Delay. Dort hat Dan auch nochmal erklärt, wieso das Ganze im Prinzip nochmal so lange dauert. Unter anderem wird es die nächste Runde von Beta-Testen relativ bald geben. Und dort werden dann 100 bis 200 Tester pro Woche wohl zugelassen. Ich bin mal sehr gespannt, ob das wirklich so umgesetzt werden wird. Da ich eigentlich dachte, dass es erst mal 500 User werden, die nochmal reinkommen. Aber ja, wir werden schauen, wie Vivi dann dort voranschreitet, wie viele Bugs da natürlich auch auftreten in EDC. Ansonsten gute Nachricht für Leute, die sich schon die Vision Pro von Apple holen wollen jetzt am Anfang des Jahres. Genauso wie die Leute, die auch schon eine Meta Quest 3 haben. Diese beiden Brillen werden auch kompatibel mit dem Viviverse sein. Zum Thema Gaming gab es auf jeden Fall auch eine Frage. Das ist auf jeden Fall auch nicht vom Tisch. Dort wird es wahrscheinlich auch in Zukunft einige Dinge geben, aber nichts Konkretes, was hier Dan genannt hat. Ansonsten kommen wir zum Thema Land-Sale und Accessoires. Und dort kommen wir tatsächlich zu einem sehr interessanten Punkt, den ich tatsächlich schon fast vermutet habe, dass er so kommen wird. Denn Vivi hat auch festgestellt, dass es natürlich einige Probleme gibt, was das Thema Land-Sale auch angibt. Und dementsprechend, ja, sie da momentan sehr, sehr vorsichtig sind in dem gesamten Space. Ansonsten wird es nächstes Jahr starten, dass Vivi auch Accessoires doppen wird. Das heißt zum Beispiel Wallpapers, Öfen oder auch Lichter. Diese werden natürlich dann wichtig auch fürs Viviverse. Und das waren alle wichtigen Punkte jetzt zu dem Aim-Aim-It-Dan. Kommen wir aber nochmal ganz kurz aus Viviverse zu sprechen. Denn hier gibt es auch eine sehr spannende Entwicklung. Wir haben ja hier das Video vor einigen Tagen bekommen. Und was viele, glaube ich, nicht so ganz gesehen haben, ist hier die Qualität der Collectibles. Und deswegen war für mich das ganze Video auch beispielsweise extrem cool, weil man hier endlich mal gesehen hat, was für eine Grafik die Collectibles denn eigentlich haben. Hier beispielsweise den blauen Tod. Und hier meiner Meinung nach ein absolut geiles Collectible. Muss ich einfach so sagen. Das Kit wirklich extrem gut aussehen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das gesamte Collectible findet. Aber für mich persönlich ist das Ding einfach wirklich ein Brüller. Und das geht natürlich auch weiter. Wir haben ja dann zum Beispiel auch nochmal den Joker beispielsweise mit dabei. Also man kann sich auf jeden Fall dadurch ganz gut vorstellen, denke ich, was uns hier auch grafisch in der Viviverse erwarten wird. Und es wird dann auch nochmal ein Upgrade geben im nächsten Jahr, wenn dann nochmal das Ganze über Cloud-Streaming läuft und so weiter und so fort. Da wird es auf jeden Fall noch weiter umgehen von der Grafik. Aber es sieht erstmal sehr vielversprechend aus. Der gesamte Kryptomarkt ist am pumpen. Aber was ist mit Omi los? Was ist denn mit Omi los? Das sieht gar nicht gut aus. Ja, genau kann ich es natürlich auch nicht sagen. Aber meine Vermutung ist ganz klar. Wir haben halt einfach momentan keine wirklichen Indikatoren, warum Omi steigen sollte. Wir haben nicht wirklich weitere UUP-Features angekündigt bekommen. Klar, wir haben jetzt das Staking für MCP-Points. Aber man sieht hier auch, wir sind jetzt von hier oben wieder ordentlich runtergesegelt und sind eigentlich bei dem Stand wie im August. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Und insgesamt sind das jetzt 50%, wie der Markt hier wieder runter korrigiert hat. Das ist natürlich schon ziemlich, ziemlich schmerzhaft. Könnte aber tatsächlich auch einfach nur der Start sein, dass wir hier eine nachhaltige Bewegung nach oben sehen. Denn wir sind hier doch schon sehr, sehr hektisch ausgebrochen. Und hier ist nochmal sehr, sehr viel Liquidität. Ich persönlich kaufe hier auf jeden Fall momentan nach. Schreibst du mir auf jeden Fall mal gerne unten in die Kommentare, ob du hier momentan nachkaufst oder nicht. Ansonsten kommen wir zu den nächsten Comic-Jobs. Und der nächste Comic-Job ist Marvel Super Heroes Hashtag 13 aus dem Jahre 1967. Und hier sehen wir das Ganze jetzt am Donnerstag, dem 16. November um 17 Uhr deutscher Zeit. Heute natürlich auch wieder hier mit exklusiven Rare wie auch Ultra-Covern. Passend jetzt natürlich auch hier zu Captain Marvel, zu dem neuen Film. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das ankommen wird. Insgesamt haben wir hier einen Listenpreis von 10 Gems und Editionzahl von 10.000 Stück. Jetzt wird der einanderer sich fragen, hey, warum denn 10 Gems schon wieder? Weil das Comic tatsächlich gar nicht mal so schlecht ist. Wir haben hier außerdem die Second Appearance of Captain Marvel drin. Die First Appearance of Corolla Danvers. Also ist auf jeden Fall recht interessant. Und man sieht jetzt hier auch schon vom Preis her eine 9.8, 32.000, 9.6, 17.000. Was man aber auch an dieser Stelle ganz klar betonen muss. Wenn man hier weiter runter scrollt, sieht man auch hier schon 8.0, plötzlich 375 Dollar. Also wir haben hier einen sehr, sehr schnellen Preisverfall von den Grades. Dementsprechend weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie man hier die 32.000 so ernst nehmen kann. Es ist auf jeden Fall kein schwaches Comic. Es ist, es ist auf jeden Fall auch passend zu dem Captain Marvel Film, nochmal wahrscheinlich ein guter Push. Nichtsdestotrotz sollte man hier, denke ich, auch nicht zu sehr reinfummen. Und schauen wir uns auch das nächste Miss Marvel Comic an. Und zwar ist das Miss Marvel Hashtag 1. Und hier sehen wir das Ganze am 14. November um 17.00 Uhr. In deutscher Zeit, das heißt am Dienstag. Und hier haben wir natürlich auch wieder exklusive Rare wie auch Altschrek Cover mit dabei. Und wir haben hier außerdem einen Listenpreis von 7 Gems dabei und eine Editionzahl von 6.000 Stück. Was das ganze Comic dadurch wieder ein bisschen interessanter macht. Auf den Go-Collect-Daten sieht man aber auch relativ schnell. Wir haben es jetzt nicht mit einem Grade Comic zu tun. Und dadurch, dass es aber ein recht neues Comic ist, aufgrund der Grades ist der Preis doch schon relativ in Ordnung. Aber man sollte das Ganze, denke ich, an dieser Stelle auch wieder nicht überbewerten. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über ein Like hier unter diesem Video von dir freuen. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Samstag und ein wunderschönes Wochenende. Und bis dann, Captain. Ciao, ciao. Ciao.